Hallo, mein kleines Spaßbumpen bei einer neuen Folge der TNT mit dem lieben Dallocat. Ja, das stimmt, das ist korrekt. Dem süßen Balui. Das ist gelobt. Hallo. Der schöne Juliane. Hallo. Dem wunderbaren Kundran. Hallo. Den kleinen Maru. Hallo. Den großen Maxi. Hallo. Hallo. Den Nefi Befi. Hallo. Den Nils Bills. Hallo. Und dem Payntl. Und auch Items auch dabei. Und Kapuzi, Schnutzi. Und ich auch. Hallo Payntl. Was ist das für Kapuzi, Schnutzi? Was soll das sein? Was? Dieses Stopp, dieser Soundbank. In die Konsole Stopp Sound gegeben. Stopp Sound. Ah. Du kannst es ja auch beinern. Also ich hab ein M Stopp Sound. Der Paynt, der wieder Blödsinn macht. Hä? Ich spiele mit dem Auto rum hier. Und ich kann es nicht aber hier bei. Diesmal um Balou. Ich höre nur Musik. Maru. Die machen sehr Blödsinn. Wie der Schrott hier macht. Mit dem Auto spiel ich immer rum. Während Kapuze irgendwelche Backsteine nach Leuten wäre. Hey, na klar. Das große Backsteine. Oh, ich weiß nicht. 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 Der Dete was tun. Der Dete ist was tun. Ich hab den Wurmhang gefunden, der gerade draußen wurde. Ich hab hier nie. Du hast volles Leben. Kati, komm. Kati, komm runter. Ich komm hier wieder runter. Hey, wo bist du denn Leiter? Hey, wo bist du? Er macht denn da immer Chaos? Ich bin auf dem Silo. Ich komm nicht mehr runter. Sie haben doch die Leiter. Warum nicht? Meine Leiter wurde blockiert. Elli, komm. Oh. Du kannst die Leiter rausziehen. Ah, ich bin jetzt angeschossen. Ich hasse es ja frech. Leute, ich brauche Unterstützung. Du kannst ja von einem Silo aus dem anderen fliegen. Hey, ich bin weg. Es funktioniert irgendwie nicht. Wir haben ihn noch nie getroffen. Hey, der Payne. Hey, der Payne. Geht doch mal nach oben. Nee, ich seh die Sprungfehler schon. Der Payne. Die ist falsch gelesen. No Payne, no Game. Nee, die ist buggy, glaube ich. Die lag letztes Mal bei dir auch schon. Hey, Teleportieren verboten. Das ist Schild nicht gelesen. Payne hat einen Sidekick geshorchen. Teleportieren verboten. Gefortieren verboten. Mit einer Pistel. Mit einer Sidekick-Pistel. Keinen, den ich je gesehen habe, hätte das geglaubt. Wo ist denn der Stinke-Payne? Teleportieren. Da war das von dir, ha? Das war eine Mellon-Miner drin, oder? Kunrad ist tot. Kunrad ist tot. Ist das der Kunrad? Ja, ich bin der DT. Ich habe es miterlebt. Die Katze. Hast du doch gefördert? Aber erst, jetzt habe ich ihn. Frau und Julie, was hast du gemacht? Einem Tag hat eine Bombe hingelegt. Ich habe nur. Ich habe nur abgeschrieben. Payne, du bist es doch. Du, die hat gerade Baloui exekutiert. Dann weg mit dir, oder? Du bist Baloui, wo liegt die Leiche? Payne! Payne, she's off. Payne, she's off. Ja, du hast gesagt, weg mit dem. Nee, nee, aber du musst dich ja gecallen, oder? Oh, da kam der Nächste. Achso, nee, es war der Blink. Okay. Oh, da oben wurde wer gekillt. Könnte ich die Traitor mal töten? Wen? Ich verfolge denjenigen. Es war Baloui. Es war, es ist Items. Ihr müsst Items töten. Der ist oben. Okay, jetzt ist Items. Er ist oben. Ich bin oben auf dem linken Silo. Aber Baloui töte es doch gut. Wir müssen jetzt Baloui oder Items töten. Nein, Baloui ist tot. Ich bin oben auf dem linken Silo. Ich bin oben auf dem linken Silo. Ich bin am Anfang schon töten. Ich bin von Items einfach nebenbei noch töten. Ja. Items. Also, Edems. Weil der hatet immer den Baloui. Richtig, du hast recht. Der hatet immer den süßen Baloui. Ich bin schon da, wo ist er? Baloui ist tot. Ich bin oben auf dem linken Silo. Er ist halt nicht oben auf dem linken Silo. Kann da mal jemand hingehen? Ich habe da in meinen Viertel passiert. Wir sehnen alle auf einem Berg und sehen das Silo. Achso. Ja, gut. Wir rennen alle im Kreis um den Berg. Hey, bist du doch. Das ist ja jetzt bedauerlich. Hallo, ich bin hier. Guten Tag, Sir. Oh, kaputt. Schießen wir auf den? Kaputt, schießen wir auf den? Ich bin grundlos. Ja, klar, es ist er. Ja, in der hinteren Silo alle drauf. Jetzt kommt ein Push. Oh, ja, Garnem. Garnem, sehr gut. Sehr gut. Jetzt wäre es Kapuze, du hast ihn erschossen. Ja, klar. Dann Dalu ist es auch nicht, weil da heißt der Detective auch. Ich habe mit Kapuze die ganze Zeit auf Pellen geschossen. Ja, Nephi auch nicht. Dann ist es Nils. Das ist 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 Nils. Wir holen dich jetzt. Nils, komm her. Gruppenentscheidung. Was war mit Maru? Warum machen wir nicht mehr? Was ist das hier? Nee, Maru war noch nicht. Ich habe einen Arzt, ich bin zum Zug hier im Speisewagen. Im Speisewagen. Ist er auch da. Da ist er im Speisewagen. Hey, der Schuss war gut. Jawohl. Jawohl. Der Wiel. Das war noch nicht. Nein. Nein. Ich meine dieser Gruppenzwang. Nein. Nein. Den könnt ihr immer vertrauen. Nein. Blöder Nephi. Ich habe die ganze Zeit beschützt. Der Däthi. Das war das so. Stopp. Sound oder wie? Stopp. Der geht weg. Der geht weg. Der geht weg. Der dauert 10. Das war das so. Ich habe den blöden Konsolpartner gesucht und alles gedreht. Kopf auf die Tastatur. Genau. Ich bin wie der Däthi. 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 Mach mir egal. Guck mal, ich hab den Däthi. Immer wo der Paulu ist. Moment. Ich habe eine Gruppenentscheidung. Ich habe gesagt, macht mal alle Dalu weg. Auf Claudys Kopf springt. Alle auf. Nein. Es ist verboten, dass wir da rückgängig. Also du hast nicht den beschuldigen, den dich beschuldigt hat. Ja. Wir müssen fangen. Oder Joni. Okay. Aha, Nils. Du darfst doch nicht mehr nennen. Du hast kein Problem damit, Leute zu töten. Anfänger. Das war doch nicht so. Ich zeig dir, wie das geht mit dem Anschlag. Ich zeig dir das. Ist der Anfang vom Kamehameha? Oh mein Gott. Kaka. Ist das die Aero Granato? Da oben. Ich muss halt. Eidems. 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 Darf ich nicht? Sie darf singen, wie ich will. Auch hier oben sein. Maxi ist es. Oh yeah. Das kann gar nicht sein. Ich glaube, es ist auch Julie, die sie rumdicken. Ich bin der D-D. Julie, komm mal ins Büro. Wir müssen was bereden. Das betrifft Items. Okay. Er hat sich selber gekillt. Er hat sich selber gekillt. Aber warum sollte er sich selbst töten? Er hat sich mit dem Auto selbst gekillt. Hi Nephi, ich habe gar nichts gesehen. Oh, sorry. Hi Nephi, ich habe gar nichts gesehen. Moment. Oh, Nephi. Wahrscheinlich wurde wirklich nichts gesehen. Wir sind noch in seinem Haus. Was? Wir haben schon zwei Innos verloren. Drei Innos. Was ist denn jetzt? Nephi rammt ordentlich auf, oder? Zu knapp. Louis. Also die Chance wäre jetzt relativ hoch, ob dich zu schießen bei Louis. Oh, Nephi. Nephi, 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 Nephi. Nephi, Nephi, Nephi. Nephi, Nephi, Nephi. Ich habe kein Leben mehr. Nephi, 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 Nephi. Scheiße. Mach ihn doch jetzt mal. Ich habe rausgeklickt. Ich treffe. Ich dachte, hier steht einer. Alter, was ist denn eine Kackwaffe? Warte. Er lebt immer noch. Jetzt aber. Warte. Ich habe ihn. Er confirm ihn nochmal, bitte. Also. Hat jemand von euch gerade zufällig einen Kristall verloren? Ja, ich. Ja. Ist der P-A-E-N. Was ist mit Louis? Komm, Louis. Oh, war für mich nachgeladen. Scheiße, vergessen. Das ist worden. Lebt er jetzt noch nö, ne? Das ist 0. Oh. Na toll. Boah. Louis, und fahr mal die beiden Leichen da. Hab ich. Da ist das Kundran. Oder du? Nein. Kundran, ne? Boah, Louis. Ja, okay. Wenn du das glaubst, ist es immer schuld. Ich habe vorhin Nephi abgeschossen. Du bist so... Alles klar, machen wir es auch. Nein, Kundran. Das ist doch Quatsch. Geh auf Toilette. Geh auf Toilette. Wie lange Nephi einfach noch gelegt hat, was rauskommt. Das möchtet ihr nicht mal reden. Du hast die ganze Zeit. Können wir noch zwei sein. Können wir noch zwei sein, abhängig davon, wer Trader ist. Ich wusste ja wohl. Ich bin Trader, jetzt werde sie alle sterben. Was war das für die Zeißen? Hallo, Betrüger. Wie den blöden Sound. Okay, zwei Runden. Moment, wer ist denn mein Haus angebrochen? Halt, stopp. Darf ich... Äh, Maxi... Das ist mein Property... Was? Das ist mein Property... Du hast geschossen. Natürlich. Entschuldigung. Darf ich gar nicht? Natürlich. Was hast du denn geschossen? Ich war dein Freund. Ich sehe noch nicht. Ja, aber du hast da geschossen. Sie waren das. Oder wie? Wirklich nicht. Sind sie der Lustige? Sie waren das, oder wie? Stopp. In the name of the... Nee, du bist der Verrückter. Jetzt ist einfach viel zu eiskalt. Ja, kennst. Wer denn? Die fängt an. Was macht der? Wieso? Wieso jagt der an? Wieso? 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 Wir haben jetzt... Maxi verloren? Warum? Er hat geschossen. Ja, Maxi wurde getötet. Hallo, Barui. Hallo, Juri. Ich bringe Sie jetzt in den Himmel. Keine weiteren Infos. Hat Maxi eine Münze bezahlt? Bitte? Maxi hat doch gar keine Münze bezahlt. Nee, einen Backstein. Oh, da kommt schon wieder irgendwer mit dem Auto. Es geht um. Kann doch nur Maru sein. Das kann doch nur. Weil da jemanden hingerichtet wurde. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Wie ich das wollte. Warte, ich muss das wieder umhauen. Geht doch. Vorsichtig jetzt. Was? Wo ist es? Die kommt runter. Aber schlecht. Du magst ihn in den Himmel zu bringen. Aber gehört doch dahin. Also, bist du einer, der mich in sein Team holen kann? Ja. Wenn das nicht stimmt, ne? Dann? Nein, Maxi war gestorben. Wie ist denn das passiert? Jemand ist ihm was tot. Ich erb den Prop so hat gegen die Karren geschlagen, was der Karren von unten gepoppt wird. Das bleibt einer. Der Tate ist tot. Headclap Launcher. Oh nein. Maxi und Dard, leg euch zusammen irgendwo. Headclap Launcher 2. Oh shit. Oh, das war direkt auf einem Schaden. Und schnell, bleib dir. Oh, ich sehe nichts. Ich bin eingesperrt. Hä? Das ist echt scheiße. Nefis, bist doch du. Ich bin Storben. Das ist glaube ich auch. Dazu. Ich bin der Incredible Cat. Oh Headcrap. Nefi und Payne, ihr habt gerade etwas geredet von wegeinander ins Team schießen. Payne ist auf jeden Fall tot. Wie sagt noch die beiden? Also Nefi hat ihn nicht. Nefi, Nefi, Nefi. Pass auf, Alte, mir ist nie irgendwo. Er war hier, Alte. Nils ist zurück gerade, oder? Oh, einer. Nils ist zurück, würde ich sagen. Hier ist noch eine Dragon. Wer war das gerade, Alte? Da ist Nils. Er ist, glaube, gestorben. Er ist zurück. Nils ist zurück. Auf wen geht er? Nils ist gut. Auf wen geht er? Ja, natürlich, weil der doch jemand umbringen will. Achso. Ja, weil er inno war und umgebracht wurde, du Kinder. Oh, ja. Nein, ich bin nicht böse. Er verbrennt. Er verbrennt der Kristall. Er war nicht böse. Er ist auch nicht böse. Scheiße. Er war nicht böse. Das haben die Innos nicht verdient. Ich habe nur einen Inno getötet. Wer hat denn Juli getötet? War das auch ein Inno? Es waren nur auch Innos am Ende, die sich gegen seinen Jungen gebraten haben. Ich habe Juli getötet. Das war für den Trailer-Mann jetzt richtig Hack-Mack. Aber richtig. Große Fehler. Aber auf Lust. Aber auf Lust. Oder wir dürfen nicht so lange Runden machen. Wie würde der Nils sagen, auf Erdbruder-Basis? Also mach gleich Hack-Mack. Mach mal auf Erdbruder-Basis, mach mal was richtiges. Der ist schon wieder gestorben. Das ist doch schon ein Fall. Das ist doch schon ein Fall. Wir gehen bei der rein. Wir machen jetzt Hack-Mack. 3, 2, 1, go. Links, links, links. Ich bin blind. Ich bin blind. Pain, Pain, Pain. Nein, ich bin blind. Pain is it. Guck doch, hier ist doch ein Zombie. Pain is it. Der Erste hat schon Hem gemacht. Vorsicht, geht da nicht lang, Marc. Hälft mir doch, Mann. Hack-Mack. Hack-Mack. Was macht ihr denn? Auf was? Was wird jetzt hier angekratzt? Wir machen jetzt Hack-Mack gerade. Also Baluja hat Hack-Mack gemacht, aber irgendwie war das nicht effektiv. Hack-Mack. Und Maru rennt die ganze Zeit mit einem explosiven Fass rum. Da schießt keiner drauf. Hier, gib es mir. Ah, da hat jemand drauf geschossen. Nehme das nächste. Wo sind die Kröten überall? Keine Ahnung. Ich hab noch drei Fässer. Whee. Balu. Kutze. Du, da hast ja Kröten unter dir. Ja, deswegen bin ich hier oben. Na gut. Super, faszin. Wer hat jetzt Hack-Mack gemacht? Er macht doch Hack-Mack. Er macht noch Hack-Mack. Weißt du, irgendjemand nicht, dass er Traitor ist? Ich bin nicht Traitor, sorry. Ja. Nee, vielleicht schon zwei Fässer von mir zerstört. Vielleicht ist es Nephi. Ja, ich bin angeschossen. Und wem. Und Juli. Okay, warum? Ich glaub, es ist Nils. Und jeder, der erste Fässer schoss, hat den, der auf mich geschossen hat. Und ich bin Inno. Wow. Da liegt ein Zombie irgendwo. Wow. Wow. Der ist toll. Da konnte ich halt nicht vorbeilaufen. Das ist eine gute Katze. Lass gerne einen Like, da schau bei einem vorbei. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.